Das folgende Stück ist von einem italienischen Komponisten, er heißt Andrea Ferrante und er offeriert seine Werke kostenlos im Internet. Es gibt heute völlig neue Vertriebswege. Das Stück ist im Original für Altsaxophon und Akkordeon geschrieben, aber er hat seine Erlaubnis gegeben, dass es auf Trompete und Akkordeon aufgeführt werden darf. Das heißt Tram. 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 Amen.